Ja, wer wedelt sich denn nicht gern ein von der Palme? 5 Prost und Kontras für Masturbieren Prost! Masturbation kann zu einem besseren Verständnis des eigenen Körpers und seiner sexuellen Reaktion beitragen. Sie kann dazu beitragen, sexuelle Anspannung abzubauen und Stress zu reduzieren. Sie kann als Ersatz für sexuelle Aktivitäten mit einem Partner dienen, wenn kein Partner verfügbar ist oder wenn man nicht in der Lage ist, sexuelle Aktivitäten mit einem Partner auszuführen. Sie kann dazu beitragen, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein zu stärken. Und sie kann zu einem besseren Schlaf beitragen. Die Kontras! Masturbation kann zu einer Abhängigkeit werden, wodurch die Fähigkeit, sexuelle Aktivitäten mit einem Partner zu genießen, beeinträchtigt werden kann. Sie kann zu Schuldgefühlen oder Scham führen, insbesondere wenn sie in Geheim gehalten wird oder wenn sie als unangemessen betrachtet wird. Sie kann zu einem Verlust des Interesses an sexuellen Aktivitäten mit einem Partner führen. Sie kann dazu führen, dass man sich von sozialen Kontakten in Beziehungen zurückzieht. Sie kann zu einer Verzögerung oder Einschränkung der sexuellen Entwicklung bei Jugendlichen führen.